Hallo Herr Seekräuter, hallo Herr Wohnzimmer-Kautäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick und wir kümmern uns um eine Ankündigung oder um eine Sache, die viel Einfluss auf die Community haben wird und zwar die Veränderung der Verbesserungen im Spiel. World of Warships hat vor kurzem angekündigt, mit Update 091 die Module oder die Verbesserungen verändern zu wollen. Es werden mehr Verbesserungen ins Spiel kommen, manche werden zusammengefasst, manche werden verlagert, umgebaut und so weiter. Wir wollen uns in diesem Video einfach mal die Veränderungen im Spiel angucken und sie so ein bisschen bewerten. Prinzipiell hat World of Warships folgendes vor. Sie wollen am Ende die Schiffe diversifizieren und individuell anpassbar machen. Das heißt, ihr könnt euer Schiff, was ihr vielleicht noch lieber auf noch mehr Flugabwehrskillen wollt und so Sachen, jetzt besser auf Flugabwehrskillen können, noch dedizierter in diese Richtung, müsst dafür dann aber auf eine andere Sache eher verzichten. Prinzipiell kann man sagen, dass die Module, die ihr schon kennt, weitestgehend erhalten bleibt. Ein paar Module werden verloren gehen, allerdings werden diese Eigenschaften der Module in andere Module kombiniert und manche Sachen werden sogar einfacher gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich finde es cool, dass es jetzt so eine Veränderung gibt. Das erfordert nochmal ein bisschen Umdenken, auch gerade bei den alten Hasen, die oft schon gut einschätzen können, welche Schiff welche Verbesserungen haben könnte und womit man eben rechnen muss. Ich sage jetzt einfach mal, jetzt fängt das so ein bisschen, also nicht komplett bei Null, aber es kann eben teilweise auch noch mal was anderes sein. Wollen wir uns mal angucken, was sich so verändern wird und zwar in Slot 2. Da geht es nämlich los und zwar bei der Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1. Da haben wir aktuell nur zwei Verbesserungen drin, also das Risiko des Brandes und das Risiko des Wassereinbruchs wird minimiert um 5 und 3%. In Zukunft wird bei diesem Modul noch der Torpedoschutz des Schiffes um 2% erhöht, das heißt ihr nehmt weniger Schaden, wenn der Torpedo am Torpedoschutz einschlägt. Hier, da geht es hier nämlich um diese Torpedoschadensverringerung, die wäre dann nicht mehr 25, sondern 27%, wenn ich dazu eingebaut lasse, wie es hier ist. Weiter bei Slot 2 geht es darum, dass die Antriebsmodifikation 1 und Steuergetriebe-Modifikation zusammengelegt wird in ein Modul. Beide Vorteile, also die Vorteile beider Module werden zusammengepackt in ein Modul, das sich dann Manövrierbarkeitssystem nennt. In der Vergangenheit gab es ja immer diese Situation, dass man darüber nachdenken musste, baue ich jetzt Antriebsmodifikation oder Steuergetriebe-Modifikation ein, konnte man im Forum lesen, konnte man bei Facebook lesen, also immer mal wieder wurde gefragt, was macht ihr da eigentlich? Ja, in Zukunft muss man sich diese Gedanken nicht mehr machen. Mit Update 001 gibt es dann eben diese Manövrierbarkeitssystem-Geschichte und dann hat sich die Antriebsschichte erledigt. Mit Slot 2 sind wir soweit fertig. Gehen wir mal in Slot 3, da gibt es mehr Verbesserungen und das wird auch noch weiter diversifiziert werden. Es wird zusätzlich zu den sichtbaren Verbesserungen noch die Torpedowerfer-Modifikation 1 geben, die die Torpedowerfer-Drehgeschwindigkeit um 20% erhöht und das Risiko des Ausfalls des Torpedowerfers um 40% minimiert. Und jetzt kommt nochmal so ein richtiger I-Punkt und die Torpedogeschwindigkeit wird in Zukunft dann um 5% gesteigert werden, wenn man dieses Modul dabei hat. Also nochmal eine richtig schöne Sache, auch in Kombination mit dem Kapitän, wo man dann zum Beispiel noch die Torpedogeschwindigkeit, eben auch Torpedobewaffnungskompetenz oder wie das Ding heißt, kann man gerade mal kurz reingucken. Torpedobeschleunigung nennt sich das natürlich nicht, Bewaffnungskompetenz. Ja, hier würde das ja dann um 5 Knoten gesteigert werden, die Reichweite nimmt dafür ab, aber in Slot 3 gibt es eben das Modul, was dann quasi keinen negativen Effekt hat, sondern einfach nur eine Steigerung der Geschwindigkeit. Den einzigen negativen Effekt, den man hat, man kann nichts anderes als Modul einbauen. Das ist eine komplette Fokussierung dann auf Torpedos, auf Torpedowerfer. Zum Beispiel für Shima Kase ist das vielleicht ganz interessant. Noch eine Modifikation, die hinzukommt, ist eine Lufttorpedo-Modifikation 1, die in Zukunft dann die Torpedogeschwindigkeit für aus Luft abgesetzte Torpedos eben um 5% erhöht. Außerdem kennt ihr schon die Flak-Bewaffnungsmodifikation 1. Die wird grundlegend überarbeitet. Jetzt klicke ich hier schon rauf, als ob ich es einbauen will. Und aktuell haben wir hier die Anzahl der Explosionen durch Salven. Der Langstreckenflugabwehr wird um 2 erhöht. Und dieser Bonus fällt komplett weg und wird ersetzt durch eine 20%ige Reduzierung der Vorbereitungszeit des Flugabwehrsektor Priorisierungssystems. Also ihr kennt ja schon, seit einiger Zeit gibt es diese Flugabwehrsektor Priorisierung. Ihr müsst dann eine Seite auswählen und drückt dann die Taste O. Und dann wird der Sektor verstärkt und ihr macht da mehr Schaden und seine ganzen Geschichten. Und jetzt ist es eben so, dass das auch einen Cooldown hat. In dem Fall hier beim Kurfürsten sind es 15 Sekunden Vorbereitungszeit. Und der würde dann eben um 20% verkürzt werden. Außerdem gibt es ja beim Kapitän noch die Skillung massives Flugabwehrfeuer, wo es auch ein Malus auf die Vorbereitungszeit der Flugabwehrsektor Priorisierung gibt. Er wäre dann runterzurechnen. Also das sind dann immer noch 50% stehen dann da zwar, aber ihr habt natürlich auch wieder einen Bonus von 20%. Das wären ja dann also nach Summa Summa rum dann 30 ungefähr über den Daumen. Keine Ahnung genau, wie das nachher in die Formel gesetzt wird, aber so ungefähr ein Bonus bleibt ihm trotzdem erhalten. Gut, und dann geht es noch weiter und zwar auch noch bei Slot 3. Also ihr merkt, da wird ordentlich was getan. Die Hauptbewaffnungsmodifikation 2 oder Hauptbatteriemodifikation 2 wird überarbeitet. Und zwar wird der Malus für die Ladezeit der Hauptbatterie entfernt. Also diese 5 plus 5% Ladezeit, also Verlangsamung der Ladezeit, die wird entfernt, aber der positive Teil, die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme, bleibt erhalten. Das ist also nochmal so eine Verbesserung des Moduls, kann man am Ende sagen, weil einfach eine Sache, die vorher negativ war, jetzt dann nicht mehr vorhanden ist. Jetzt sind wir in Slot 3 fertig und wandern direkt durch bis auf Slot 5. Und ihr wisst bei Slot 5, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Zielerfassungssystemmodifikation 1 überhaupt in ihre Schiffe eingebaut haben. Da würde mich mal euer Kommentar interessieren. Nutzt ihr das auf Schiffen? Und wenn ja, warum? Und wenn, auf welchen? Das würde mich auch interessieren. Aktuell gibt es eben hier diese Verbesserung mit der Sichtweite, Erfassungsweite der Torpedos und die Entfernung der sicheren Erfassung der gegnerischen Schiffe wird um 50% erhöht. So kam man dann auf 3 Kilometer. Das wird überarbeitet und zwar, ja, grundlegend. Und zwar wird es in Zukunft eine feste Entfernung geben, wo Torpedos entdeckt werden. Und zwar auf 1,8 Kilometer. Und unabhängig von der Entdeckbarkeit der Torpedos, aber durch die Wachsamkeit, die ihr beim Kapitän skillen könnt, könnt ihr die Fähigkeit verbessern. Also die Wachsamkeit erhöht ja quasi den Blick oder die Entdeckbarkeit der Torpedos um 25%, wie wir hier nochmal sehen. Und das würde dann eben auf die 1,8 Kilometer aufgeschlagen werden. Außerdem wird ein Torpedoschutz hinzugefügt. Also wenn ihr diese Sache in Zukunft skillt, dann bekommt ihr nochmals, wenn ihr zum Beispiel vorne schon bei einer Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1 die Sache geskillt habt, bekommt ihr hier in Slot 5, wenn ihr dann eben diese Torpedoschutzsystemmodifikation skillt oder einbaut, nochmal 5% mehr Torpedoschutz zum Schiff hinzu. Werden wir dann ja schon bei über 30% beim Kurfürsten. Das wird immer interessanter. Nein, also ist klar, ich denke, soweit verständlich geht hier halt dann um die Entdeckbarkeit der Torpedos und eine bessere, verbesserte Verteidigung gegen Torpedos, in dem Sinne, dass ihr weniger Schaden nehmt. Außerdem in Slot 5 gibt es ein neues Modul, was dann die Einsatzzeit der Schiffsverbrauchsmaterialien um 10% verlängert, nennt sich dann Schiffsverbrauchsmaterialmodifikation 1. Heißt also Reparaturmannschaft, Schadensbegrenzungsteam, Defensive Flaggfeuer, whatever ihr dann auf dem Schiff habt, wird um 10% verlängert. Das ist also eine ordentliche Geschichte. Das sind dann 2,8 Sekunden länger. Ja, also wenn ihr 28 Sekunden die Reparaturmannschaft aktiv habt, dann das Ding einbaut, 2,8 Sekunden länger. Ja, würde jetzt hier bewirken, ja, 600, 1200, sagen wir mal 1700, 1600 mehr Trefferpunkte, die ihr herstellen könnt. Ja, wir sehen nicht, ob ich das reinbaue für 2, irgendwas Sekunden. Aber es gibt ja auch andere Verbrauchsmaterialien, die länger laufen und dann da 10% drauf gerechnet. Da kann sich dann auch da wieder rechnen. Kommt immer darauf an, wie ihr dann eben geskillt sein wollt. Außerdem gibt es auf dem Slot dann eine Geschwader-Verbrauchsmaterial-Modifikation, die die Einsatzzeit der Verbrauchsmaterialien der Staffeln um 30% verlängert. Also alles, was ihr mit Flugzeugen absetzt. Heißt, eine ganz klare Modifikation nur für Flugzeugträger. Da geht es dann halt um diese Patrouillenflieger, die ihr absetzen könnt zum Beispiel. Weiter geht es in Slot 6. Ja, da gibt es natürlich auch die legendären Verbesserungen weiterhin. Da gibt es auch keine weitere Info dazu, wie genau sich die Sachen verändern. Aber es wird eine Zusammenfassung von zwei Modifikationen geben. Es wird in Zukunft eine Hilfsbewaffnungsmodifikation, ich vermute zwei geben, weil eins gibt es eigentlich schon ganz vorne in Slot 1. Aber ja, World of Warships hat eins geschrieben. Und da werden zwei Upgrades oder zwei Module miteinander kombiniert. Und zwar die Flugabwehrmodifikation 2 und die Sekundärbewaffnungsmodifikation 2. Die werden aus dem Spiel entfernt und die Bonis werden zusammengelegt auf die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1. Also der kontinuierliche Schaden durch Flak wird um 15% erhöht. Der Schaden der Explosionen wird um 15% erhöht. Die Nachladezeit der Sekundärbatterie wird minus 20% reduziert. Also die lädt schneller nach. Und jetzt kommt noch der Bonus, der uns nämlich in Slot 3 abhandengekommen ist. Es wird zwei Explosionen mehr von der Langstreckenartillerie, also Flakflugabwehr geben. Das macht dann eben diese Hilfsbewaffnungsmodifikation richtig, richtig stark. Also Explosionen dazu, kontinuierliche Schaden dazu. Der Schaden der Explosionen wird nochmal höher. Also da kann man schon ordentlich was zusammenpacken, wie ich persönlich finde. Und man muss eben nicht verzichten, entweder sekundär oder flak, sondern jetzt gilt man beides. Und das macht man ja auch beim Kapitän schon mit der Basis Schießausbildung und mit der erweiterten Schießausbildung und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich nur folgerichtig, wie ich persönlich finde. Und macht es den Flugzeugträgern am Ende schwerer, muss man auch wieder sagen. Also viele von euch würden sich da wahrscheinlich drüber freuen. Gerade wenn sie im Schlagschiff sitzen und sekundär geskillt sind, sind sie ja sowieso häufiger vorne, werden häufiger angeflogen und so eine Sachen. Das ist irgendwie eine clevere Kombinierung. Klar, auch ich fahre gerne CV, werde mich sicherlich in manchen Situationen auch darüber ärgern, dass das jetzt so gekommen ist. Aber wer das eine will, muss andere mögen. Das Leben besteht aus Kompromissen. Dann gibt es noch Veränderungen. Und zwar eigentlich nochmal in Slot 2 und 3. Und ich glaube 1, da kann man auch diese speziellen Verbesserungen einbauen. Spezielle Verbesserungen, was war das nochmal? Das ist hier diese Überwachungsradarmodifikation 1, das Hydroakustische Suchemodifikation 1. Also diese Sachen, die ihr in der Waffenkammer im Reiter Verbesserungen hier für Kohle holen könnt. Das sind sogenannte spezielle Verbesserungen. Und diese unterliegen ja teilweise gewissen Regeln. Zum Beispiel bei der Hydroakustischen Suchemodifikation ist es so, dass das nur auf Schiffen, also auf Zerstörern und Kreuzern anwendbar ist. Und jetzt seit kurzem auch bei den deutschen Schlachtschiffen. Aber eben nicht auf anderen Schiffen, die möglicherweise noch eine Hydroakustik hätten. Als Beispiel jetzt nur genannt. In Zukunft werden die Installationen der Spezialverbesserungen Schiffsklassen und Schiffsstufen unabhängig sein. Das heißt, da wird die Bindung aufgehoben. Ihr könnt also alles Mögliche irgendwo einbauen, wo ihr das gerade haben wollt. Also Wirkungsdauer, Verbrauchsmaterials hier für das Schatzbegrenzungsteam verlängern und, 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 und. Das heißt, das ist auch nochmal eine zusätzliche Diversifizierung zu der ganzen Geschichte, die wir schon jetzt mit den Standardmodulen haben, die es immer gibt. Das kann also eine richtig starke Schiff dabei rauskommen, was dann auf einer Seite sehr verletzlich sein kann und auf der anderen Seite sehr stark sein kann. Jetzt müssen wir mal gucken, ich hoffe, dass World of Warships das alles richtig durchdacht hat und sich das angeguckt hat, welche Builds und welche Kombinationen da möglich sind. Sollte man nicht plötzlich, ja, irgendwie so eine Sache haben, die, ja, nur sehr schwer oder gar nicht richtig zu bekämpfen ist, weil da irgendwie was ausgenutzt werden kann im Spiel. Aber it is work in progress. Das heißt, die Werte, die wir jetzt hier haben, könnten sich unter Umständen auch nochmal verändern. Wobei in der Regel, wenn Sie mit solchen Sachen erstmal an die Öffentlichkeit gehen, gibt es nur noch geringfügige Veränderungen. In der Regel. Ja. Also, das war der Überblick für die Module oder Verbesserungen, die sich in Zukunft in World of Warships ändern werden. Wahrscheinlich mit dem Update 091. Jetzt interessieren mich eure Meinungen. Und zwar, welche Module benutzt ihr gerne? Was sind so eure Lieblingsschiffe? Wo denkt ihr darüber nach, bei welchen Schiffen könnte es sinnvoll sein, bestimmte Sachen zu ändern? Schreibt mir gerne das konstruktiv in die Kommentare. Und ja, ich freue mich schon drauf, die dann zu lesen. Ich danke jetzt für eure Zeit und sage bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Euer Seacroats Team, euer Andi. Ciao, ciao.